Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetsky. Heute Katy Perry. When I'm Gone. Klasse übersetzt von der 7C des Gymnasiums Stefaneum in Aschersleben. Alexander, Vincent, Felix, Jette, Maria und Melinda über den letzten Vorhang einer großen Liebe. Wenn ich weg bin, bin ich nicht richtig weg. Du denkst, du kannst weitermachen, aber nicht sehr lange. Du wirst sehen, niemand wird sich anfühlen wie ich. Sie ist sehr verletzt. Sie ist verdammt wütend. Du darfst es, es ist leicht. Gleich mich zu vergessen, dir noch um ihn loszulassen. Jetzt ist dein Bett leer und du wachst schweißgebadet auf. Ich bin immer noch in deinen wilden Träumen. Sie weiß, dass er sie niemals vergessen wird. Lange Nächte, ruf mich an, ruf mich an, tu alles, um mich nah zu behalten. Du solltest wissen, es wird hart sein, mich loszulassen. Ich auf dir berühre dich, wie ich es mache, das wirst du niemals vergessen. Und sie wartet geduldig auf einen Neubeginn. Du jagst der Gefahr hinterher. So bist du. Such mich in all den schönen fremden Gesichtern. Niemand kann es ersetzen. Ich bin für immer dein Favorit. Sie weiß, dass sie einzigartig und wunderbar ist. Katy Perry's When I'm Gone. Klasse übersetzt von der 7c des Gymnasiums Stefaneum in Aschersleben. Wir wissen nicht, ob sich dieser Vorhang nochmal hebt. Wir wissen aber, dass es für euch gar keinen Vorhang gibt. Einfach klicken, radio-saw.de und anmelden. Und mit etwas Glück sind wir schon bald da. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf radio-saw.